Herzlich willkommen bei der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte. Heute ein kurzes Thema, das leidige Thema Corona, gepaart mit dem Thema, wie verhält sich ein Fitnessstudio. Uns haben in dieser Corona-Zeit verstärkt Anfragen zu folgendem Thema erreicht. Das Fitnessstudio, in dem der Mandant regelmäßig Sport gemacht hat, musste natürlich schließen seit dem 16.03.2020 in Baden-Württemberg und Bayern sind die Schließungen ja immer noch vorhanden. Gleichwohl bucht das Fitnessstudio nach wie vor den Beitrag ab und Mandant bekommt ein schönes Schreiben, wo man sich für die Solidarität bedankt und gleichzeitig darauf hinweist, dass eine Verpflichtung besteht, auch weiterhin die Beiträge zu bezahlen, dass man aber natürlich nicht möchte, dass dem Kunden ein Nachteil erwächst und deswegen diese Zeit der Schließung nach Beendigung des Vertrages als kostenloses Training mit angehängt wird. Und da taucht natürlich die Frage auf, muss ich mir das gefallen lassen? Die klare Antwort ist, nein, muss ich mir nicht gefallen lassen. Der Hintergrund ist relativ simpel. Das gute alte bürgerliche Gesetzbuch, abgekürzt auch BGB, hat da schon seit 100 Jahren eine unübertroffene Regelung. Die sagt nämlich, wenn dem einen Vertragspartner, Klammer auf, das Fitnessstudio ist der Vertragspartner, Klammer zu, die Leistung unmöglich wird, dann wird auch der andere Vertragspartner, Klammer auf, also der Kunde, der dort regelmäßig trainiert, Klammer zu, seiner Gegenleistungspflicht enthoben. Die Regelungen sind in § 275. Ich kann aus Gründen, für die ich gar nichts kann, für die Corona-Schließung, kann das Fitnessstudio natürlich nichts von meiner Leistungspflicht frei. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was passiert denn jetzt mit der Gegenleistungspflicht, nämlich der Zahlungspflicht? Und da sieht der § 326 BGB auch eine klassische Regelung vor. Wenn der eine nicht leisten muss, wenn der eine von der Leistungspflicht frei wird, wird auch der andere hier der Kunde von seiner Leistungspflicht frei. Und man muss sich mitnichten auf so einen Deal einlassen, naja, man hängt dann das jetzt Bezahlte hinten nach Vertragsbeendigung an. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ich will nicht mehr trainieren, weil ich vielleicht nicht mehr trainieren kann, ich bin krank geworden, ich ziehe weg. Oder ich will einfach auch nicht mehr trainieren, ich kündige den Vertrag und jetzt könnte ich natürlich noch kostenlos, zwei Monate, drei Monate, wir wissen ja nicht, wie lange die Schließung noch so geht, noch mit dranhängen. Da habe ich aber gar kein Interesse. Ich will ja aus dem Vertrag raus, deswegen habe ich ihn ja gekündigt. Und dann könnte das Fitnessstudio sagen, ja, es tut mir ganz arg leid, dass du jetzt weggezogen bist, tut mir ganz arg leid, dass du krankheitsbedingt gar nicht mehr trainieren kannst, du nimmst das Angebot nicht wahr und das war's. Daher, es besteht keine Verpflichtung, Beträge, Beiträge an ein Fitnessstudio zu bezahlen, wenn das Fitnessstudio seine Leistung nicht erbringen kann. Und weil die Fitnessstudios so meine Erfahrung aus dem, was Mandanten sagen, einfach munter weiter abbuchen, ist natürlich ganz arg wichtig, die Lastschriftermächtigung zu widerrufen. Da genügt eine einfache E-Mail, es wird auch telefonisch genügen, aber wie will ich das beweisen? Und man kann natürlich auch die Lastschriften zurückgehen lassen. Da habe ich als Kunde, als Verbraucher die Möglichkeit, ich schreibe einfach mal in der Bank, ich mache eine Mail in meine Bank, rufe dort an, meinen Bankberater und sage, die und die abbuchen und bitte zurückgehen lassen und da kann nichts passieren. Natürlich schreiben die Fitnessstudios dann Mahnungen, manche Mahnungen sind auch relativ dreist, da wird dann also wirklich mehr oder weniger auch etwas gedroht, so nach dem Motto, du musst deine Verpflichtung erfüllen und wenn du deine Verpflichtung nicht erfüllst, dann kündigen wir den Vertrag fristlos und nach was man sonst noch alles so an Sachen liest. Das kann man alles gedroht abhaken, es besteht in dieser Situation keine Verpflichtung für den Kunden, auch nur einen Cent zu bezahlen. Ich denke, das war einfach nur mal so als Update wichtig, denn wenn ich mir so die unterschiedlichen Fitnessstudios und Ketten anschaue und wenn ich mir einfach anschaue, was ich da so lese, dann ist das so ein mehr oder weniger fast einheitliches Vorgehen und deswegen war es mir ganz arg wichtig, da einfach mal kurz drüber zu informieren, wie denn die Rechtslage tatsächlich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, passen Sie auf, wo immer Sie auch uns zugeschaut haben und wenn irgendwelche Fragen auftauchen, Sie sehen unten ja eingeblendet die Telekommunikationsdaten, einfach kurz eine Info schicken, eine Frage schicken, wenn es irgendwie geht, beantworten wir die. Vielen Dank. Vielen Dank.